Wie schaffe ich es, dass ich in einer Schlägerei nicht verurteilt werde? Also nicht in einer Schlägerei, sondern dass ich in der Schlägerei gewinne, aber nicht der bin, der verurteilt wird. Keine Angst, ich werde jetzt nicht theoretischen Vortrag halten über die Voraussetzungen der Notwehr, sondern werde erklären, wie es in der Praxis am besten funktioniert, nicht am Schluss als derjenige rauszugehen, der dann verurteilt wird. Und zweitens, keine Angst, ich gebe jetzt keine Tipps, wie man irgendwie jemanden verpurgeln kann, ohne dafür verurteilt zu werden, sondern es geht tatsächlich darum, wie kann ich mich in einer Schlägerei verteidigen und trotzdem nicht verurteilt werden. Du darfst dich gegen einen gegenwärtigen, rechtswidrigen Angriff mit der gebotenen Notwehr verteidigen. Heißt, wenn dich vor dem Klub oder vor der Bar jemand angreift, dann darfst du dich normalerweise auch dagegen verteidigen. Wohlgemerkt verteidigen. Und es muss ein gegenwärtiger Angriff sein. Das heißt, du darfst natürlich nicht drei Schritte auf jemanden zulaufen und ihn niederstrecken und du solltest auch jetzt nicht unbedingt immer der Erste sein, der zuschlägt, aber auch dann kann es sein, dass du nicht verurteilt wirst. Wichtigster, mit Abstand wichtigster Punkt, den man sich merken muss, und den kennt jeder, Recht haben und Recht bekommen sind zwei verschiedene Sachen. In Deutschland gibt es ein sehr scharfes Notwehrrecht. Das heißt, du darfst dich theoretisch gegen fast jeden Angriff verteidigen und kannst dann tatsächlich nicht verurteilt werden. Du musst dann eigentlich freigesprochen werden. Aber, und da sind wir dann beim Recht bekommen, vor Gericht sieht es meistens anders aus. Es ist so, in der Theorie gibt es auch im Notwehrrecht keine Prüfung der Verhältnismäßigkeit. Das heißt, auch wenn dich jemand mit der Faust angreift, darfst du ihn theoretisch niederschießen. Aber in der Praxis sieht es leider anders aus. In der Praxis ist es so, wenn dich jemand angreift und du dich unverhältnismäßig stark wehrst, obwohl es gebotene Notwehr war, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass du verurteilt wirst. Und in der Praxis ist es leider so extrem, dass du oft in Notwehrsituationen verurteilt wirst, nur weil du der bist, der gewinnt. Das heißt, in einer körperlichen Auseinandersetzung forderbar, auch wenn dich jemand angreift und du ihn notwürdig verteidigst, kann es sein, dass du der bist, der verurteilt wird, weil du eben als Sieger hervorgehst. Und der einfache Grund dafür ist, dass du in den Augen der Zeugen dann oft als der Überlegene, als der Aggressor dastehst, nur weil du Sieger warst. Und das wollen wir verhindern. Und darum geht es jetzt im Video. Punkt 2. Du musst dafür sorgen, dass die Leute dich sehen. Das heißt, sprich Passanten an. Schrei ruhig. Lass mich in Ruhe. Weg von mir. Es müssen Leute zusehen. Du musst jetzt nicht wie im Meme irgendwie sagen, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, sondern es reicht, wenn du irgendwie zu der Person, die dich angreift, sprichst und laut sagst, bitte lassen Sie mich in Ruhe, ich möchte mit ihr nichts zu tun haben. Und wenn du das laut und scharfen Ton sagst, dann erzeugst du Aufmerksamkeit. Wenn es gut geht, kannst du damit den Angriff komplett abwenden, weil die mehr Zeugen, desto unangenehmer wird die Situation für den Angreifer und desto wahrscheinlicher ist es, dass du vielleicht überhaupt nicht angegriffen wirst. Und der Nebeneffekt ist, wenn du angegriffen wirst, dann hast du sehr viele Zeugen dafür, weil dann erst recht die Blicke auf euch gehen. Wenn du dann diese Zeugen hast, dann musst du auch noch in den Kopf dieser Zeugen rein. Dadurch, dass du sagst, bitte lassen Sie mich in Ruhe. Und wenn du die Hände hochnimmst und leicht rückwärts gehst, das sind so kleine Details, die einen Rieseneindruck erwecken bei den Zeugen. Weil wenn er dann so auf dich zugeht und du gehst so zurück, dann wirkst du auf die Zeugen so, als wärst du derjenige, der sich nur verteidigt. Und das bist du ja auch, weil der andere greift ja dich an. Und das merken sich die Zeugen. Das bleibt im Gedächtnis. Sehr, sehr wichtig. Viele machen dabei dann extrem den Fehler, es ist tatsächlich sehr häufiges männliches Problem, machen den Fehler, dass sie dann bei so körperlichen Auseinandersetzungen irgendwie wie so ein Gockel oder wie ein Hund dann irgendwie versuchen, den Kamm aufzustellen und machen sich groß mit breiter Brust und gehen nach vorne. Und vielleicht, Riesenfehler, nehmen dann auch noch die Hände hoch. Aber wenn du so versuchst, die Mann einzuschüchtern und du gehst in Kampfstellung auf jemanden zu, dann bist du der Aggressor. Und dann wird das in den Köpfen der Zeugen hängenbleiben, dass du diejenige Person bist, die kampfbereit auf den anderen zugeht. Was denkst du, wird so ein Zeuge vor Gericht aussagen, wenn du am Schluss gewinnst? Obwohl er der war, der als erster zugeschlagen hat. Von mir aus blockst du drei Schläge ab und streckst ihn dann nieder. Aber das wird kein Zeuge vor Gericht so sagen. Wenn du so auf den anderen zugehst, dann ist das aggressiv, es wirkt aggressiv und du wirst vielleicht den Kampf gewinnen, aber vor Gericht als Verlierer hervorgehen. Ganz wichtig dabei, offene Hände. Also wenn du so dastehst, auch im Rückwärtsgang, es sieht einfach aggressiv aus. Und offene Hände ist ein Zeichen der Beschwichtigung und das bleibt hängen beim Zeugen. Bei Schaulustigen, das mit Rückwärtsgang bleibt hängen. Und das wird oft unter meinen Videos kommentiert. Ich habe ja schon öfters Video dazu gemacht. Wenn ihr euch für Strafrecht interessiert, gerne abonnieren. Es wird oft kommentiert, ja, so ein Idiot, der hatte keine Ahnung, was auf der Straße los ist. Wenn du so in den Kampf reingehst, dann wirst du ja sicher verlieren. Mit die effektivsten Kampfkünste im Straßenkampf verwenden offene Hände. Nur als Beispiele, Grappling, Brazilian Jiu-Jitsu und Krav Maga. Offene Hände. Und diesen beiden Kampfkünsten wird niemand die Effektivität und Effizienz in einem Straßenkampf absprechen. Zumindest niemand, der Ahnung hat. Das heißt, offene Hände durchaus. Vor allen Dingen ist es auch so, jetzt kurz ein Seitenhieb, wenn du mit geschlossenen Händen da stehst, im Straßenkampf, du hast ja keine solchen Boxhandschuhe. Im Boxkampf gerne, von mir aus machst du Doppeldeckung. Aber auf der Straße, so kommst du sowieso nicht unbedingt weit, ohne Handschuhe und ohne Blockwirkung beim Gegner. Und jetzt wird es schon etwas gefährlicher leider, weil im Endeffekt das mit offenen Händen zurückgehen und irgendwie beschwichtigen oder Zeugen ansprechen, das kriegt jeder noch hin. Richtig problematisch wird es bei diesem Tipp jetzt, es wäre tatsächlich sinnvoll, wenn du nicht der bist, der als erster zuschlägt. Also irgendwie so laienhafte Faustregel von irgendwie Leuten, die jetzt von Kampfkunst nicht so viel Ahnung haben, die behaupten immer so, ja, der, der als erster zuschlägt, der gewinnt. Aber vor Gericht ist es leider anders. Vor Gericht ist es so, der, der als erster zuschlägt, der verliert. Heißt, du solltest es vermeiden. Es geht zwar juristisch, es ist juristisch möglich, auch wenn ein Schlag irgendwie kurz bevorsteht, dürftest du dich quasi durch einen Erstschlag wehren. Aber in der Praxis wird für die Zeugen vielleicht nicht unbedingt ersichtlich sein, dass der andere gerade zum Schlag ausgeholt hat, sondern wenn du derjenige bist, der als erster zuschlägt und du dann gewinnst, dann wirst du nicht nur in den Augen der Zeugen, sondern oft auch in den Augen des Richters derjenige sein, der verurteilt wird. Und das wollen wir vermeiden. Das heißt, es wäre tatsächlich nicht sinnvoll, als erster zuzuschlagen. Um gleich auch noch mit einem anderen Vorurteil aufzuräumen, ja, wenn du so dastehst, kannst du natürlich auch, wenn es unbedingt darauf ankommt, die Faust schließen, während du zuschlägst. Das sollten die meisten hinbekommen. Und wenn man das nicht hinbekommt, dann sollte man vielleicht besser weglaufen und sich nicht der Notwehr-Situation stellen. Wenn du jetzt gar nicht ohne Faust der auskommst, dann würde ich mich wenigstens irgendwie so hinstellen, weil das ist eine sehr verschlossene Standposition. Du hast eine Hand am Kinn, eine gefährliche Position, du hast einen Arm in der Bauchgegend, um gegebenenfalls zu blocken und du könntest auch direkt einen Schlag abfeuern. Das wäre quasi die zweitbeste Lösung. Das wäre die Alternative, weil das sieht sehr defensiv aus, eher nachdenklich. Das heißt, wenn da jemand zuschlägt, wenn du so dastehst, das bleibt hängen. Und dann bitte zwei Warnungen beachten. Das ist das A und O. Erstens, sollte selbstverständlich sein, keine Waffen. also bevor, natürlich, wenn der andere eine Waffe hat, dann ist sowieso eindeutig, dann gibt es nur eine richtige Alternative und das ist Weglaufen. Aber, solltest du selber über Waffen verfügen, dann gibt es auch nur eine richtige Alternative, Weglaufen. Weil das Problem ist, wenn du eine Waffe einsetzt, dann bist du mindestens in einer versuchten, gefährlichen Körperverletzung oder in einer vollendeten, gefährlichen Körperverletzung, heißt sechs Monate Mindestfreiheitsstrafe. Wenn du Pech hast und du triffst irgendwo gefährlich, dann bist du vielleicht in einem versuchten Totschlag oder noch schlimmer, in einem vollendeten Totschlag, fünf Jahre Mindestfreiheitsstrafe. Da bist du erst mal lange weg. Und beim vollendeten Totschlag, da wird es richtig knifflig, dich da über Notwehr mit dem Freispruch rauszuholen, abgesehen davon, dass du dann in den meisten Fällen erst mal sechs, neun oder zwölf Monate in Untersuchungshaft verbringst, wenn du Pech hast. Und da brauchst du gar nicht mal viel Pech. Zweite wichtige Warnung, wenn du in einer Auseinandersetzung stehst und siehst, okay, jetzt kommen meine Freunde von hinten und helfen mir, dann ist das ein wichtiges Zeichen, dass du weglaufen sollst. Und zwar noch mehr, als wenn der Gegner mit mehreren Leuten auf dich zukommt. Weil der Gegner mit mehreren Leuten, okay, das tut weh, aber du wirst in den allermeisten Fällen nicht sterben. Wenn deine Freunde dir helfen und ihr geht zu dritt auf einen los, dann ist erstens die Notwehrsituation vorbei, weil drei gegen eine Notwehr schwierig zu begründen. Und zweitens, drei gegen einen heißt ein gemeinschaftlicher Angriff. Und das ist wieder eine gefährliche Körperverletzung. Drei gegen einen, gefährliche Körperverletzung, Mindestfreiheitsstrafe, sechs Monate. Und jetzt noch ein kleiner juristischer Tipp, der ein bisschen mehr ins Detail geht. Du darfst dich in Notwehr nur verteidigen gegen einen sogenannten gegenwärtigen Angriff. Das heißt, der Angriff muss unmittelbar bevorstehen, gerade stattfinden oder noch andauern. Heißt, wenn der Angriff vorbei ist und der andere liegt am Boden, dreht sich um, läuft weg oder nimmt die Hände runter und geht nach hinten, dann hörst du auf. Spätestens dann hörst du auf. Wenn du dann nicht aufhörst, dann ist die Notwehrsituation vorbei und dann wirst du in jedem Fall verurteilt. Das heißt, auch wenn er am Boden liegt und du kielst auf ihn drauf und trischt auf ihn ein, das ist keine Notwehr, meine Damen und Herren. Wenn ihr euch für mehr Strafrecht interessiert, insbesondere mein Spezialgebiet mit Holbungsmittelstrafrecht, abonniert gerne den Kanal. Wir sehen uns demnächst wieder.